Musik Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei OliAncutTV Ja, ich habe von meinem Kumpel Bernd etwas zugeschickt bekommen, wo er sich ganz unbedingt ein Video gewünscht hat Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich das Ganze zugeschickt bekommen habe Und selbstverständlich mache ich ein Video dafür Und zwar handelt es sich um die Weekend of Hell exklusive Edition von Nameless Veröffentlichung von Maniac aus dem Jahre 1980 Hat ein richtig cooles Artwork, ist auch ein richtig fettes Mediabook Und der Film ist in meiner Sammlung selbstverständlich schon vertreten, das Original und das Remake Weil es gab ja da diese speziell auf mich zugeschnittene OliAncut Edition Was mich natürlich unendlich mit Stolz erfüllt und es für immer natürlich in der Sammlung Und zwar eine ganz besondere Edition für mich persönlich ist Also ich bin da immer noch geflasht, obwohl das jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her ist Eine auf meinem YouTube Kanal zugeschnittene Edition vom Original und vom Remake in wunderschönen Mediabook-Editionen Das hier ist die Weekend of Hell exklusive Edition mit einem richtig coolen Artwork Und zwar ist das hier aber deklariert als B-Ware von Nameless Also direkt schon von Nameless als B-Ware deklariert Ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, dass Nameless Media B-Ware verkauft Also ganz normal als B-Ware deklariert ist Das kann verschiedene Gründe haben Es ist auch mit einem kleinen Aufkleber, das seht ihr jetzt auch gleich noch, als B-Ware deklariert Der Bernd hat gemeint, das könnte an dem Folienriss liegen, der da oben ist Also die Folie ist eingerissen, aber das kann nicht das sein, warum das hier als B-Ware deklariert ist Denn unter der Folie befindet sich der, ich versuche es mal einzufangen Der Aufkleber, wo drauf steht B-Ware Also das ist ganz normal als B-Ware deklariert Das können Kleinigkeiten sein Es ist aber so, dass auf jeden Fall immer diese B-Ware im Player absolut läuft Also da fehlt jetzt keine Disc oder die Discs sind zerkratzt Es können Kleinigkeiten sein Ich habe auch keine Ahnung, was hier jetzt die B-Ware bedeuten soll Was mir persönlich dann natürlich auch egal ist Das Artwork ist hammer, hammer cool Also seht ihr das Artwork, das sieht ja wirklich schon mal richtig vernünftig aus Und ist ein gezeichnetes Artwork, was mein Favorit auch immer bei Mediabooks ist Ein gezeichnetes Artwork bedeutet bei mir immer, sieht nice aus So, was hier B-Ware ist, das werden wir eventuell rausfinden, eventuell auch nicht Aber ihr könnt bei namelessmedia.de selber mal gucken Da ist ein Ordner, ein Unterordner mit deklarierter B-Ware Und meistens, also wenn das so eine Collectors Edition ist Vielleicht fehlt das T-Shirt oder das Poster Oder es ist einfach nur eine Kleinigkeit Aber da spart ihr dann auf jeden Fall schon mal richtig Geld Wenn ihr euch da B-Ware kauft Also das habe ich schon von vielen Leuten gehört Dass da nicht mal ersichtlich war, warum das B-Ware ist Und ist in meinen Augen dann auf jeden Fall trotzdem das Geld wert Das Einzige, was ihr hier nicht habt, eine Nummerierung Ihr habt zwar die Limitierungsnummer, also 111 Stück gab es davon Aber als B-Ware deklariert, also ist das keine 1 bis 111 Das ist das Einzige, was mir momentan gerade auffällt Wir packen das Ganze jetzt aus Hier ist aber noch das Zettelchen von Bernd Was er mir dazu geschrieben hat Lieber Olli, viel Freude mit der schönen Weekend of Hell Edition Gruß Bernd Hat er mir kostenlos zukommen lassen Und wünscht sich seit einigen Tagen das Video dazu Und hier ist es Ich mache das jetzt mal auf diese Art Ich habe nachher noch ein anderes Video geplant Das wartet schon da hinten auf mich Seht ihr, ich habe das 3-Band-Stativ aufgebaut Die Kamera ist schon nach unten geneigt Ich werde im Anschluss dieses Videos direkt Dieses Videos mein nächstes Video drehen Also ich entferne jetzt mal die Folie Und bin schon sehr gespannt, ob ich herausfinden werde, warum das hier B-Ware ist Also wir haben hier auf jeden Fall ein Hochglanz-Motiv Nur der Rand ist matt gehalten Das Ganze sieht so aus Und ich finde das absolut Hammer Ein richtig cooles Artwork Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut Ja, wir haben hier, wie gesagt, das Original von 1980 Die Weekend of Hell Edition Und gefällt mir persönlich schon mal sehr, sehr gut Die Rückseite gucken wir uns auch noch kurz an Darf man das alles zeigen? Ja, ein bisschen blutig hier und da Aber ich denke mal Das macht diesen Film ja auch aus Ja, das sieht so aus das Ganze Also wieder mal wunderschön Nameless hat da absolut wieder saubere Arbeit geleistet Ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, die VÖ Ja, und gefällt mir auf jeden Fall super, super gut Also zum Film selber muss ich jetzt in diesem Video nicht viel sagen Ich möchte bloß herausfinden, warum das hier B-Ware ist Das ist noch ein Anliegen von mir Und ich möchte natürlich dem lieben Bernd seinen Video-Wunsch erfüllen Wir haben hier auf jeden Fall eine 6-Disc-Edition, Leute Das ist schon mal wichtig zu sagen Wir haben hier alle 6 Discs auch mit drin Hier seht ihr sie Ja, alle, also das sind 3 Discs Und hier haben wir das Ganze nochmal Wir haben hier, das muss ich auch schnell rausfinden Wir haben hier auf jeden Fall den Original Motion Picture Soundtrack Ja, das ist eine Audio-Disc, die ist hier mit an Bord Dann haben wir das Ganze auf Ich muss mich gucken, was das ist Blu-Ray, die Bonus-Disc, die sieht so aus Auch mit an Bord Ja, Bonus-Disc ist mit am Start auf Blu-Ray Und dann haben wir den Directors Cut und die Kinofassung ebenfalls auf Blu-Ray Auf dieser Disc Ich muss das mal so machen Ja, da ist der, ähm Die Kinofassung und der Directors Cut mit drin So, dann haben wir einen farbigen Innendruck Bis jetzt sieht alles nach absoluter A-Ware aus und nicht nach B-Ware Das, äh, Media Book, äh, den Booklet-Anteil Den gucken wir uns, äh, jetzt mal schnell so an Ähm, ich denke mal, das meiste werde ich zeigen können Vielleicht auch die ein oder andere Szene nicht Aber, ähm, der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen Ich stehe nicht so auf alte Filme Das, äh, wisst ihr, die meinen Kanal kennen Aber, äh, bei diversen Horrorfilmen ist es auf jeden Fall so Dass man die, ähm, ja, Tom Savini ist ja der Effektzauberer Ja, das ist natürlich, äh, sehr cool Tom Savini hat sich auch natürlich in, äh, vielen anderen, äh, Streifen, ähm, berühmt und berüchtigt gemacht Äh, von damals Er ist Maskenbilder, er ist auch Schauspieler Man kennt ihn, äh, besonders aus, äh, dem Horrorgenre Er ist, äh, ein ganz großer, ja Wir haben hier das Booklet Und ich muss sagen, ich finde hier nichts, was jetzt irgendwie Nach B-Ware aussieht Gar keine Ahnung, was hier B-Ware sein soll Ähm, ich weiß es wirklich nicht Vielleicht war auch noch irgendein, ähm, Poster mit dabei Eigentlich, was jetzt hier gefehlt hat Und deswegen ist das Ganze B-Ware Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir dann schon die letzte Seite Also ich konnte tatsächlich alles zeigen Und, äh, dann haben wir hier noch die letzten drei Disks Äh, und zwar, ähm Ja, die Ultra HD Ja, mit der Uncut-Version Die Ultra HD ist da mit dabei Also, zeige ich euch natürlich auch kurz die Scheibe, ja Äh, ich muss gucken, wie ich das mache Hier Die Ultra HD, also die 4K-Disc Dann haben wir noch die Remasterte Uncut-Version Auf Blu-Ray Ist auch mit an Bord, ja Also, sechs Disks Und, äh, dann haben wir hier die Remasterte Uncut-Version Auf DVD ist noch mit an Bord, so Das waren die sechs Disks Und hier ist dann noch, äh, der Innendruck Und ich finde hier nichts, was an B-Ware erinnert Oder irgendwie darauf hinweist Das ist B-Ware, weil Also, das ist absolut ein, ähm, tip-top Zustand Hier ist alles ganz Hier gibt es auch keine Kratzer Irgendwo vorne oder hinten Auf dem, äh, Media Book selber Oder irgendwelche Knicke in der, im Booklet Oder fehlende Seiten Oder eingerissen oder sonst irgendwas Das ist absolut eine Tip-Top-Ware Äh, die einfach als B-Ware deklariert ist Aus welchem Grund auch immer Ich weiß es nicht Ich weiß auch nicht, wie der Bernd an diese B-Ware gekommen ist Ob er sie selber bei Nameless als B-Ware gekauft hat Das ist ja immer möglich Ähm, also hier sehe ich was ganz Aber das, das, das hat man ja auch unter der Folie gar nicht gesehen Also, äh, ich gucke mal, ob ich es einfangen kann mit der Kamera Nein Das, äh, also ich meine, dass hier irgendwie was ganz Kleines ist Aber, ne, das kann es nicht sein, Leute Weil, ähm, die sind ja auch nicht günstig, ja Ich habe jetzt geguckt, auf Ebay gehen die hier Diese Edition, genau diese, äh, geht teilweise, wird angeboten Ich weiß nicht, wie es weggeht, ob sie weggeht Für 90 Euro angeboten, ja Ich meine, das ist eine 6-Disc-Edition mit 4K Mit Directors Card, Kinofassung, allem drum und dran Soundtrack Äh, und es ist ein, äh, nicht utopischer Preis, ja Aber ich weiß nicht, was jetzt hierfür bezahlt wurde, äh, für diese B-Ware, ja Ja, wie gesagt, also, lange Rede, kurzer Sinn Ich habe hier kein, ähm, keine Mängel gefunden Ich habe hier nichts gefunden, was an B-Ware, äh, erinnert Und finde die Edition hammer geil Also, sieht wirklich mega nice aus Vor allen Dingen das Artwork Ich meine, die Filme an sich, die, oder den Film jetzt, äh, explizit an sich Den habe ich ja schon in der Sammlung Aber das Mediabook ist natürlich eine Augenweide, ja Das ist ein richtig schönes Artwork, was mir sehr, sehr gut gefällt Und ich würde sagen, ähm, vielen herzlichen Dank nochmal, lieber Bernd Ich hoffe, ähm, euch da draußen auch vielleicht, äh, ein bisschen, äh, hiermit mit diesem Video eine Aussage zu treffen Dass, äh, B-Ware nicht unbedingt immer, äh, mit, äh, jeder Menge Fehler bespickte Ware sein muss Sondern, dass B-Ware auch optisch, äh, einfach mal als A-Ware durchgehen kann Ich habe keine Ahnung, warum da B-Ware steht Mich würde es selber interessieren Ich werde mal, äh, bei Nameless direkt anfragen Und, äh, bin auch, ja, sehr, sehr, ja, sehr happy über dieses Teil Sieht auf jeden Fall mega nice aus Auch der Film ist klasse Und, äh, ja, dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute War jetzt ein kurzes Video Ich wollte unbedingt wissen, was da jetzt B-Ware ist Und, ähm, ja, dann bin ich auch raus Vielen Dank, lieber Bernd Vielen Dank an die Abonnenten, die dieses Video geschaut haben Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist Kann das selbstverständlich gerne nachholen Abonniert meinen Kanal Aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter Beim nächsten Video wieder Euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV Ciao 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 Ciao